so weiter geht's ja da ist ein reise das macht ihr da ich steige ein ach jetzt war ich fahre wohl ja ich guck gerade das war doch das war gerade das highlight der heutigen episode ihr seid beide also cash und und ihr seid beides in der luft geschwebt gerade im boden also das gehört jetzt immer zu dieser komischen bisschen wobei die wanzen verstecken muss das komme ich das ende der mission ja das ist jetzt der typ den wir jetzt haben wir finden sollten genau sind mit ihnen auf seiner privaten selber sehr wahrscheinlich ich habe mich raten dürfen nicht entdeckt werden weiß ich nicht steht nichts hat er hat da glaube ich gerade eine party oder in die wachpartner laden wir uns auch mal mit eindrückt oder nicht warum fährst du dann vorbei war nicht dran vorbei gerade wo man am besten hin kann ja warte ich kann irgendwie nicht das ist ja nur die drohne los schicken ach so jetzt aber wir werden schon entdeckt ja von dem heli über uns ja ich komme so weit gar nicht rum ja ich möchte mal kurz ja das versuch war schon mal sehr erfolgreich ja ich war ganz erfahren vor dem heli oder der haus folgt sowieso gerade oder man kann ich jetzt sehr schlimm ich würde ja auf den heli schießen aber so weit nach hinten kannst du dich leider ziemlich drehen ich habe einen raketenwerfer aber da müsste jemand anders müsste dann das boot steuern dann mache ich das halt mal an ja genau sie springt erst mal voll raus ne weißt du jetzt da rein dann kommst du da rein du kommst das ist gut so so ich bin schon wieder da geht das so noch ein bisschen noch ein bisschen nach rechts ja warte warte komm ich komm nicht weiter hoch ich komm nicht warte 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 wir sollen jetzt noch links wieder ein und dann ich bin rausgefahren rum rüber jetzt ja noch ein bisschen warte bleibt da bleibt stehen ich habe links den typen weg bei dem boot der hat jetzt wieder schön geflogen ich bin jetzt rausgefahren weil du wahrscheinlich in den koffer raub wolltest der nicht da ist bei dem boot ja so ah der hat jetzt wieder schön geflogen on the boat again na na ich habe den links von der kufe schon weggeschossen so jetzt nochmal mit drohenden problemen bitteschön guck mal hier links kann man hoch unser boot tuckert und raucht schon so schön ich habe auch kurz einen busch hier im weg ein fünfter aber Chewbacca geh mal weg hier her ich bin jetzt rüber ich auch tschüss ok leise für den schwimmen sieht echt lustig aus sie taucht halt nur oder der charakter ja so so ab vorne ist ein gegner mhm der sieht nicht so eine scheiße ist ja egal Tango getötet meine ist ja keine Mission jetzt keine Schleichmission ne naja sie hat ja gerade wie gesagt bleibt unsichtbar jaaa aber sie wissen ja eh dass wir jetzt da sind alle also so das 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 mg besetzt gewesen habe ich getötet da 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 das ist nicht die die hinter der villa hinter uns einer so viel zum thema habe ich getötet ich mache schon das ist scheiße ich will meinen anwalt wir spielen ich habe das besucht nicht so sind voll die party crasher party ist verboten in der heutigen zeit eben genau es war mehr als 50 leute erledigt dass sie dann nicht wir brauchen das ziel und seine infos lieben aber schon robot oder heli das sicherste wenn sie noch leute die vier helis wieder fliegt ein ja das war da auch mal eine aktion die es regnet gesundheit ich wollte mal mitmachen so jeder ein oder was heute sind um solche informationen hatte ich wollte mir das hat eine gute idee das war klar da muss ich wieder runter gesprungen weil die und noch informationen sind und ich wollte sie mir holen ich dachte ich könnte aufs tach springen aber irgendwie war der felsen ja es war nicht so eine gute idee haben was passiert immer mal wieder eine folge der ich nicht sterbe es ist eine schlechte folge so spät haben wir es überhaupt die folge geht es ungefähr noch 13 minuten ist richtig drin ab also 40 und dann machen wir noch ein und dann ist gut so 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 könntet ihr uns abholen könnten wir ja können wir warte was ist jetzt gar nicht mehr ich war hier ich bin nicht mehr gewesen ich war ich bin hier unten da oben kommt nicht hin marken da kommt man nicht an wo kommst du noch nicht du wärst da unten am wurststeg ja da oben bist du so okay so kann man denn noch schönes Sollen wir noch mal eine Hauptmission machen? Warte mal, wo waren die? Eine Mission mit dem Server. Jetzt müssen wir noch gerade dabei waren. Warte mal. Genau. Die gehört dazu. Die gehört dazu. Erkennt ihr das da unten wieder? Ich weiß nicht, was du meinst. Direkt vor uns unten. Achso, das wurde da geladen. Das Flugzeug. Da hab ich super gelandet. Aber sowas von. Und da vorne, das ist unsere Lieblingsmission gewesen. Da links ist doch nicht der Fels dazu. Oder irre ich mich da jetzt? Ist doch der Flughafen wirklich. Warte, das kann... Ja, 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 ja. Könnte gut sein. Ich weiß nicht, aber wir fliegen in die falsche Richtung. Achso, okay. Ja, die Aussicht war so schön, sorry. Ja, Autofahren kann er besser. So. So. Bestes Urlaubswetter. Natürlich. Mein Urlaub ist ja jetzt eh egal. Geht ja jetzt gerade eh nicht. Hi Felix. Hi Felix. Genau, hi Felix. Da fällt mir gerade wieder diese Werbung ein mit dem Katzenfutter, Felix. Na Gott. Schleichwerbung. Also ganz ehrlich, eigentlich müsste man bei uns in den Twitter nur mal reinschreiben, Dauerwerbesende. Genau, wir machen den Raab auf YouTube. Ja, der Raab, wer macht den da ja nicht mehr. Och, der macht noch viel. Nicht mehr, ja, aber nicht mehr öffentlich. Ja, der sitzt aber nur noch hinter den Kulissen. So, und das wollt ihr euch jetzt antun noch, ja, in einer halben Stunde. Das, das wird, das wird, das wird, das ist fast ein Arzt, das ist euch. Wenn wir da jetzt entdeckt werden, ne? Äh, dann leben wir nicht lange. Kennst du die Missionen? Ja, die kenn ich. Die haben wir, äh, da haben wir sehr lange für gebraucht, zu zweit. Weil wir bald wieder entdeckt werden, äh... Dirk, erinnerst du dich an die Mission? Das ist eine... ...richtig scheiß Mission. Die wollte ich gerade erschießen, aber danke. Ja, ich bin schneller gewesen. Und, und, und dann auch noch ohne, äh, schalten, verschießen. Ihr seid nur ein paar. Doch, weil ich hab mich halt einfach drauf. Naja, aber irgendjemand hat gerade eben geschossen, hatte keinen... Also, ich hab nicht geschossen, bitte. Ich sehe nicht, Paneele, da drüben. Hab nachher einen ausgewacht. Ja, irgendwer hört uns gerade hier so ein paar. Wir haben nicht Paneele hier. Umgelegt. So, das eine Licht ist da auch kaputt. Komplett. Ich mach mal jetzt hier die Aktion. Ich find's immer geil, bei solchen Videospielen, du schießt mit einem Scharfschützengewehr, ja, schießt du in einem, in einem Tarnanzug, in 500 Meter entfernt und die so, der Feind ist in Sicht. Ja, gut, mal. Gibt's da bei den Jungs mal das Licht aus? Ja, ich, äh, ich schwimme jetzt mal auf die andere Seite der Insel. Also, ich bin schön hinter der Mauer. Ja, das bin ich so gesehen auch schon. Also, sie haben auch zwei Fahrradarten, so eine das ist wichtig, gerade getroffen. Nüsse, ich hab keine Muni für Schafe zu mir. Granate, aufpassen. Granate. Ich hab mich da im Sack. Ja, da geht's rum, hier. So, das hab ich. Warte, ich hol dich. Wenn ich ein bisschen regeneriert hab. Ich hab selber grad sperr getroffen. Jetzt. Jetzt hätten die da rein. Tja. Naja, ich bin... Mit dem Profitrick. Aha. Ich brauch unbedingt ne Munitionskiste hier irgendwo. Ja, innen drin sind ganz viele. Das ist ja wahrscheinlich, Jung. Hui. Ich hab ein bisschen raus. Jetzt wird er als Schafschütze. Tauben und wo. So. Der, nein, jetzt weg. Granate fliegt. Ja. Ja, ich hab's dir. Bin's von hier. Bin hier irgendwie krieg ich noch nicht. Bin hier drinnen auf dem Schafschützen-Turm, aber... Oh, der hat's... Ich bin auch da unten. Na, ihr seid da unten, ja. Ich kann euch jetzt leider nicht holen, das ist das Problem. Jetzt könnte ich's euch machen. Was ist denn wahr? Was ist denn wahr? Komm her, Schöpacke, ich hol dich mal wieder. Jetzt haben sie mich hier entdeckt. Ach, wo's war's ab. Jetzt haben sie mich. Und so, du holst sie schon. Ja, das bleibt auch hinüber. Ja, halt durch. Ja, ich hol grad die beiden... ...andern. Das Problem ist, der Mörser, der ist jetzt hier hinter mir her, sozusagen. Ja, ich schau mal, ob ich da ran... Ja, ich hab' jetzt gehackt, aber ich muss das jetzt verteidigen. Ja, das ist geil, das ist der Heli. Ach, der ist kaputt. In die Nüsse, Mann, Digga. Also, wenn wir jetzt hier mit der Mission durch sind, dann... War's das, ja. Ja. Hier bei mir auch. Ja, ich hätte genau noch eine irgendwo. Unten, unten, unten in die Art Geschosse. Ja, ja, ich hab's gesehen. Mal von dem Schatzschutzgewehr mal ein bisschen was holen. Da kommen Gegner im Auto auf uns zugefallen. Ja, wie cool ist der. Ist ja das zu sehen. Das war mal mit dem Auto. Ich hab' die Waffenkiste nicht gut gebraucht. Ich sehe eine Waffenkiste. Weil die Waffenkiste nehmen. Das Geile ist, dass man sich halt immer wieder gleich neu nehmen kann. Nach jeder Wende. Ach so, gut. Da es gibt andere Spiele, da ist dann so ein Timer, wo du dann halt nur nach einer bestimmten Zeit wieder... Mhm. Ich denke mal, das werden wir jetzt hier locker haben. Ja. Ja. Die sind immer noch 40 Sekunden, ne? Viel mehr. Vor allem, wenn ja nichts los ist. Also, zumindest jetzt noch nichts los. Das sollte man nicht so voll nehmen. Das kann nicht immer mal passieren, dass jetzt auf einmal 15 Wagen kommen oder so. Jetzt sieht doch auch nicht so aus, dass wir jetzt irgendwas kommen. Nö. Die Kirche. Hier. Haben wir es gleich geschafft und dann... Irgendwo kommt ein Heli. Mach mal Feierabend. Irgendwo kommt ein Heli. Okay. Ich weiß nicht, habe ich wissen, wer auf der Gästeliste steht. Vermutlich die Bilderbergruppe. Boah, schade, dass der Heli da oben kaputt ist, wa? So, hacken wir mal den ganzen Quatsch. So. Casitas Geschäfte in Agua Verde sind gestorben. Geil. Alle Leute auf dieser VIP-List erwartet unangenehmer Zeit. Das habe ich dann jetzt freigeschaltet. Genau, Casita ist weg. Uns fehlt jetzt noch einer. Dann könnten wir tatsächlich den ersten Zwischenboss machen. Ja, beim nächsten Mal dann. Habe ich das behauptet, dass wir es jetzt sofort machen? Ich habe gesagt, das machen wir dann irgendwann mal, ja. Hm. Bitte mal. Drohne. Ja. 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 So, mal die ganz fertig als gut in die Drohne reinballern. Ja, ja. Da genau. Dann machen wir jetzt Feierabend. Und in der nächsten Folge gucken wir mal, dass wir noch ein bisschen was weitermachen können. Schau, dass wir ein Schatzwitzgewehr jetzt weg ist, weil das ist gar nicht mal so schlecht gewesen, was ich habe. Ich habe ja das irgendwie von dem Gegner gesnackt und ja, war ganz gut, hatte gute Reichweite. Du hast doch selber eins. Ja, aber das hat die so eine Reichweite wie das, was ich jetzt auch habe. Warte mal. Ich kann mal gucken gerade. Äh. Ausrüstung, warte mal. Ah, das ist... Ah, das ist jedenfalls noch ein Schumgewehr. Nur mit einem... Hm. Ah, das könnte die... Die Lamativo ist wahrscheinlich schon ein Granatwerfer, oder? Ne. Das ist ein Schumgewehr. So. Oh, LMG. Ich glaube, das ist meine Welt. Schon eine grobe Idee, wann wir das nächste Mal irgendwie könnten. Kann ich noch nicht sagen. Ja, das klären wir dann gleich, wenn wir hier verliefern. Weil ich mache jetzt hier mal kurz auch am folgenden Ende. Ja.